Hey, es ist Ronja und wir spielen heute Roblox. Längste Antwort gewinnt. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Okay, ich nehme an, man muss die längste Antwort eingeben, aber ich war hier noch nie drin. Oh mein Gott, da hinten sind große, tanzende Leute. Da in der Mitte mit der Nummer 1 drauf. Du musst alle meine Antworten in Englisch reinschreiben. Keine anderen Sprachen funktionieren im Moment. Alles klar, das ist gut zu wissen, weil die Fragen hier auf jeden Fall, die hier schon kommen, sind in Deutsch. Das hätte mich wahrscheinlich ein paar Punkte gekostet. Aber kein Ding, wir kriegen das hin. Nenne eine berühmte Teamsportart. Fußball, ähm, Doppel-L. Acht Blacke! Oh, okay, warte mal, die hat 10? Beiden. Die Orange und die Rote. Volleyball und Basketball. Oh, okay, okay, da hätte ich drauf kommen können, aber vielleicht nächstes Mal. Nenne eins der heißesten Länder in der Welt. Australien. Australien? Ist Australien heiß? Ich glaube schon, weil die Australier haben ja diese Wüste und ich glaube, die ist recht heiß. Da haben wir mal ein Buch in der Schule drüber gelesen, okay? Oh, 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 die Gelbe, die performt nicht. Oh, die andere auch nicht. Ich glaube, die sind aber afk. Nenne ein Essen, was mit dem Buchstaben P beginnt. Okay, Pizza und Pasta sind beide so kurz. Ich brauche was Längeres. Peperoni? Neun Blöcke gibt mir das. Oh. Ich esse zwar keine Peperonis, aber ich weiß, dass es Peperoni-Pizza gibt. Oh, denkt ihr, ich hätte Peperoni-Pizza schreiben können? In dieser Runde steigt der Stand um vier Blöcke. Wir sind am Performen, Leute. Wir laufen gut. Nenne eine der vier Jahreszeiten. Ich weiß nicht, welche am längsten ist. Ich mache einfach Winter, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das nimmt sich alles nichts. Nenne eine der weltweit beliebtesten Autofarben. Okay, jetzt brauche ich eine lange Farbe. White ist wahrscheinlich noch am längsten. Das sind immerhin fünf Blöcke. Ich habe nur noch zehn Sekunden. Was gibt es denn noch? Grün ist auch kurz. Warum sind Farben so kurz generell? Gold. Oh, 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 oh. Äh, Silver. Das gibt mir sechs Blöcke. Silber und Autos sind überall. Das ist wahrscheinlich nicht die beliebteste Autofarbe sogar. Das heißt, ich bin sogar ein guter Antworter. Ich fühle mich richtig sicher hier oben. Ich habe so viel Abstand zum Wasser. Amazing. Obwohl die anderen natürlich auch im Performen sind. Hier, pink und orange. Einer der kältesten Länder der Welt. Antarktis. Das ist Antarktika. Oh, okay. Oh, habe ich mich nur vertippt? Ich dachte, ich habe das Gleiche geschrieben. Zehn Blöcke. Leute, es funktioniert. Performen. Nenne ein beliebtes Spiel auf Roblox. Äh, äh, Brookhaven ist lang. Oder? Gibt es längere Spiele? Brookhaven sind zehn Blöcke. Oh, was hat Orange? Orange hat er mehr. 14? Die haben beide 14? Oh, die haben Murder Mystery. Okay, ja, das ist länger. Nenne etwas, mit dem du isst. Ähm, Stäbchen. Chopsticks. Das ist auf jeden Fall lang. Oh, die haben alle zehn Blöcke. Die haben alle Chopsticks. Weil Messer, Gabel, Löffel ist kurz. Oh no, die gelbe gehen gleich unter. Nenne ein beliebtes Gemüse. Ähm. Äh, ich habe nur noch acht Sekunden. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Hm, oh, ich nehme einfach Mushrooms. Oh, der hat extra Zeit gekauft. Ich denke immer, ich habe keine Zeit mehr. Und dann kauft hier Annas. Eins und fünf kauft immer Zeit. K-Pop-Star, du fällst. Oh, Jena wurde getötet. Nenne jede natürliche Haarfarbe. Brunette. Ist, äh, glaube ich gut. Das zählt nicht. Dann Blond. Was haben die fünf Blöcke? Die haben wahrscheinlich braun alle genommen. Ich habe ein bisschen Angst, dass K-Pop-Stand stirbt. Weil ich würde hier gerne Fansquare gewinnen. Oh mein Gott, wir sind... Nenne ein Tag der Woche. Äh, Mittwoch ist am längsten, oder? Wednesday. Das gibt mir neun Blöcke. Oh mein Gott, K-Pop-Stand. Komm hoch hier. Oh nein, sie ist unter Wasser. Aber sie ist noch dabei. Kennting. Sie ist nur, äh, quasi ein Fisch. Nenne etwas, was du im Schlaf machst. Äh, Sleep. Was mache ich denn noch im Schlaf? Ähm, Träumen. Dream, dream, dream. Okay, okay, okay. Wir performen hier. Was hat sie dir halt auch dream, glaube ich. Mir fällt auch nichts anderes ein. Ich meine, was machst du im Schlafen? Du träumst und du, du schläfst halt, ne? Oh, vielleicht Schnarchen. Ist Schnarchen länger? Nenne eins der neun Rentiere des Weihnachtsmeisters. Oh, Rudolf. Es gibt bestimmt welche mit längeren Namen. Aber ich bin nicht so in der Meta drin mit den Rentieren. Oh mein Gott. Geh wenig? Hat sie nichts? Okay, um zwölf. Dann muss ich auch irgendwie performen. Eins. Wie viel habe ich noch? Okay, beliebiges Tier mit den Buchstaben zehn. Chamäleon. Neun Blöcke. Oh, sie hat nur drei. Was hat sie? Kat. Leute, wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir sind die einzigen. Yeah, richtig. Wir haben als Erster gewonnen. Let's go. Okay, okay, okay. Ich habe hier alle besiegt. Warum bin ich nicht auf dem Siegertreppchen? Oh mein Gott. Das sind die Top-Siege. Der hat 333 Siege. So, Leute. Wir spielen jetzt tatsächlich Langes Answer Wins. Weil wir waren da vorne im Spiel. Das heißt, Antworten oder Stirb oder sowas. Aber da ich ja so gut performt habe da drin, dachte ich, wir gehen jetzt nochmal in ein anderes, um ein bisschen Competition zu sehen. Oh, okay. Wir dürfen voten. Ähm, easy, normal oder hart. Die anderen. Ich, oh. Okay, ich habe jetzt gar nicht gewartet. Egal, easy. Easy ist nicht schlecht. Ich denke, mit easy können wir hier einsteigen. Nenne etwas, was du auf der Straße findest. Auto. Autos. Okay, das sind vier Blöcke. Und die anderen haben noch nichts. Nenne ein Tier, was ein Horn hat. Ähm, ein Horn. Zählt das? Ich meine, ein Horn ist nicht direkt ein echtes Tier. Das zählt. Okay. Rosie, nein, du stirbst gleich. Nenne etwas Rundes. Äh, Kreis. Kreis. Circle. Oh, nein, warte. Circle. So. Der gibt dir überhaupt nicht die Antworten vor. Der andere sagt dir, ob du alles richtig geschrieben hast und wie viele Punkte du dafür kriegst. Er ist einfach nur so, ja, tipp was, Alter. Aber wenn du Pech hast, hm. Okay, wir kämpfen gegen Street-Ton 84. Nenne ein Superheld. Ähm, Spider-Man. Oh mein Gott, was hat die denn? Das war irgendwas super langes. Man sieht nicht, wie viele die anderen haben. Welche Süßigkeiten mögen Kinder? Ähm, beziehungsweise sind ja echt Nachtisch. Äh, 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 ähm. Cookies. Cookies ist okay. Cookies gibt mir sieben Blacke. Was hat sie? Ich kann es nicht lesen. Ice-Cream. Ice-Cream. Okay. Nenne etwas, was du machst, wenn du von der Schule nach Hause kommst. Äh, Hausaufgaben. Home. Work. Oh, yeah. Oh, yeah. Let's go. Oh mein Gott, die andere ist mehr als ich. Ganz ein bisschen aufholen. Okay, wir können nicht verlieren gegen Street-1 84. Nenne einen Grund, warum du in der Mitte von der Nacht aufwächst. Ähm, ähm. Albtraum. Night. Meer. Oh, sie hat es sicher auch. Wie hat sie denn mehr Punkte? Also ich habe das Gefühl, sie gibt auch immer das gleiche einig. Okay, wir sind unter Wasser. Äh, wir müssen jetzt performen. Wie viele Blöcke steigt das? Was ist ein anderes Wort? Wart, warte mal. Ähm. Ähm. Rubbish. Wie, 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 wie? Wir haben nur sieben Blöcke gekriegt. Wir sind gleich unter Wasser. No. No. Kein Gewinner. Jeder ist gestorben. Okay, kein Ding, kein Ding. Wir holen unseren Sieg. Wir holen unseren Sieg. Da, ich bin nur auf Platz 2. Aber ich werde nicht auf Platz 1 hochkämpfen. Wer ist denn der überhaupt? Der hat überhaupt gar nicht mitgespielt. Doch, das war der andere. Warum hat der gewonnen? Okay. Äh, Leute, hart. Lass uns hart spielen. Oder weißt du was? Ich gehe für normal. Wir spielen in Normal. Wir sind hier in einer größeren Kompetition. Oh, da ist mein Feind. Nenne einen Grund, warum du zu spät zur Arbeit bist. Ähm, Oversleeping. Nein, nein, warte. Das habe ich falsch geschrieben. Nein! Ähm, Overslept? Nein, warum geht das nicht? Nein! Warum geht das alles nicht? Hä? So lange geschlafen? Was ist das? Ähm, Uhr. 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 Ähm, Clock. Ich brauche erstmal einen sicheren, damit ich hier hochkomme. Was? Warum ist denn Schlafen nicht richtig viel? Hast mich. Äh, was ist was, wo du drin schläfst? Ist ja offensichtlich better. Wir brauchen was Besseres. Wir brauchen was Längeres. Was ist mit Matratze? Nein, das zählt nicht. Okay, dann wird's halt Bett. Wir brauchen was Längeres. Oh mein Gott, was hat sie denn da für ein langes Wort? Street in 84. 20 Wins hatte ich schon. Sleeping Bag. Aber Matratze geht nicht, oder was? Gib mir ein Wort, was mit Backel reimt. Äh, Chuckle. Also, Lachen. Street in 84 ist mein Kind. Okay. Nenn ein Beispiel von einem beliebten essbaren Fleisch. Ist nicht Fleisch generell? Einfach essbar oder nicht essbar? Okay, ähm, Rabbit. Nein, Leute, essen Hasen, Leute. Wheel. Nein, das ist doch... Hä? Wheel ist doch Kalb. Hä? Leute, das Spiel hasst mich. Das Spiel hasst mich. Wieso? Hä? Hase ist richtig. Leute essen Hasen. Ich finde es nicht gut, aber es ist so. Wir gehen wieder auf normal. Okay, wir wollen hier die Challenge. Ich hoffe, das geht auf normal. Yes, normal. Let's go. Nenn etwas in einem Obstrad. Pineapple. Oh, let's go. Warum gibt uns Pineapple nur fünf Blöcke? Warum hat sie so viele gekriegt? Pineapple ist eine Frucht. Ich habe doch nicht Äpfel eingegeben. Ich habe Pineapple eingegeben. Was sind Sachen, wenn die Kinder glauben? Ähm, ähm, Weihnachtsmann. Was? Monster. Zahnfee. Zahnfee gibt es aber... Okay, ein Farmtier. Ich darf mich jetzt hier gar nicht ärgern. Ein Farmtier, Farmtier, Farmtier. Ähm, Kurs zu kurz. Aber ich glaube, ich muss einfach kurz mal... Oh, 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 Pferdchen. Horst, das gibt mir mehr. Zahnfee geht, aber Weihnachtsmann geht nicht. Was trägt ein Wrestler nicht während einem Match? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Wrestling. Kleid. Shirt. Oh, Shirt ist richtig. Oh. Street, da hast du nichts. Da hast du nichts. Da zitterst du, ha? Äh, eine Art der Uhr. Ähm, digital. Let's go. Oh mein Gott, no. Street hin. Wir müssen gewinnen, okay? Wir können nicht Street hin gewinnen lassen. Das kann nicht sein. Ich glaube, mein Kopf nicht unter Wasser kriegen. Ich muss jetzt performen. Oh, nenn etwas, was dich, äh, zum Jucken bringt. Ah, no, ich weiß es nicht. Äh, Moskidobites. Moskidobites. Oh, zwölf Blöcke. Let's go. Ich glaube, wir haben hier wirklich performt. Was hast du? Chickenparks. Okay, Windpocken. Nenn ein beliebtes Boardgame. Monopoly. Nein, Polix. Okay, zählt, zählt. Er hat Monopoly erkannt. Wir verlieren gleich. Wir sind gleich hinter Wasser. Wir brauchen, wir brauchen Blöcke, Leute. Wir brauchen Blöcke. Nein. Street hat gewonnen. Das kann nicht sein, Streeten. Streeten ist nicht dabei. Okay, Leute, Streeten ist nicht mehr in der Lobby. Okay, Streeten ist gelieft. Okay, wir haben hier nur noch Wilma, Milis, Portalmeisterin und mich. Ich kann nicht mehr gegen Streeten gewinnen. Das heißt, wir haben es nicht geschafft. Wir haben verloren. Schreibt gerne in die Kommentare. Da sind wir auf ewig auf Platz 2 mit Streeten auf Platz 1. Schreibt in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.